Die Rundestoffel lehrt sich dem Einsatzort. Es ist keine Übung. Er hat was. Rauskommen! Sind Sie allein hier draußen? Meine Tochter ist auch hier. Dad? Kommen Sie! Kannst du mir sagen, wo du wohnst? Hier im Wald? Das sind 435 Fragen. Antworten Sie auf jede Frage mit falsch oder richtig. Woher kannst du so gut lesen? Mein Dad unterrichtet mich. Dein Wissensstand ist überdurchschnittlich. Ich wache jeden Morgen ausgeruht und erholt auf. Richtig. Mein Alltag ist voller Dinge, die mich interessieren. Richtig. Ich habe Albträume und einen unruhigen Schlaf. Ist dein Dad in der Armee? Ja, aber... Fühlst du dich bei deinem Dad sicher? Wir müssen nicht gerettet werden. Dein Dad, der muss für dich sorgen und dir ein Zuhause bieten, wo du leben kannst. Das hat er. Es ist kein Verbrechen, obdachlos zu sein. Doch zelten auf öffentlichem Gelände ist illegal. Wir haben eine Möglichkeit gefunden. Werden wir beides hier aushalten? Unsere Gedanken gehören immer noch uns. Du musst treten. Guck hin, wohin du fährst. In der Schule geht es auch um soziales Verhalten und nicht nur um geistige Fähigkeiten. Ich glaube, dass es leichter für uns wird, wenn wir uns anpassen. Wir tragen ihre Kleider, wir wohnen in ihrem Haus, wir essen ihre Lebensmittel, wir arbeiten für sie. Wir haben uns angepasst. Pack deine Sachen. Hast du es überhaupt versucht? Das ist doch nicht wahr. Wo ist dein Zuhause? Bei meinem Dad. Ich will hier nicht weg. Das, was dir hier fehlt, das fehlt mir nicht. Wo wolltet ihr zwei denn hin? Ich glaube nicht, dass wir das gewusst haben. Du bist für mich. Du bist für mich.